Neuer Tag neue Socke neuer Preis Gewinn Überraschungen was wird denn drinnen sein wir schauen wir ein klicken wir drauf auf Socke Nummer 15 und es ist die Socke ist die Zeit wo die Nummer draufgegeben so jetzt aber die Wacken du blöd er wirst du mal vielleicht ich klicke dich ja schon an es ist es sind zwei Zucchini Apfelkuchen sind drinnen ist ja auch ein Handwerksprodukt damit dieses Handwerksprodukt Nummer 3 das jetzt enthalten ist nach zwei Lebkuchen die ja nicht unbedingt so klasse sind zwei Grottapfelschatten waren ja schon recht gut muss man sagen jetzt zwei Zucchini Apfelkuchen die an und für sich ja auch eigentlich ein recht gutes Handwerksprodukt ist muss man sagen von daher gar nicht mal so schlecht was ich mir insbesondere auch erhaltet muss ich allerdings muss ich schon auch sagen wünschen würde in Thema Handwerkssachen so ein ganz neues Rezept irgendwas passend zu Weihnachten sowas hätte schon was muss man sagen mal schauen ob das vielleicht noch irgendwo enthalten sein wird ein paar Socken sind ja noch da von daher dann bis morgen dann wenn hoffentlich die Socke dann schneller gleich mal zeigt was drinnen ist und mich nicht schon wieder so veräppelt immer bis morgen was aktiert zum heutigen Gewinn schreibt sie gerne in die Comments und Ciao